Das Lumpenheer des Peter von Amiens und Walter Habenichts wanderte im Laufe des Sommers rein abwärts, überquerte die Donau, dann ging's durch Süddeutschland und Österreich nach Ungarn. Ihre Tagesleistung, durch schwerfällige Fuhrwerke beladen, mit Lebensmitteln behindert, wohl auch durch Frauen, Kranke und Kinder verzögert, ist dennoch beachtlich. Der disziplinlose Haufen, inzwischen auf 35.000 Mann angeschwollen, legte täglich an die 30 Kilometer zurück. Nur 2.000 bis 3.000 von ihnen waren beritten. Ohne einen größeren Zwischenfall erreichte der Zug die Grenze des Oströmischen Reiches. In Semlin, der ungarischen Grenzstadt, an der Save, gegenüber der byzantinischen Festung Belgrad, lagerten die Scharen und warteten auf die Erlaubnis aus Konstantinopel, weiterzuziehen durch das Land von Alexios Komnenos, des Kaisers der Oströmer. Den ersten Zusammenstoß der bunt zusammengewürfelten Truppe Peters mit dem perfekten, modern anmutenden Beamtenstaat Ostroms, kann man sich gar nicht grotesk genug vorstellen. Auf der einen Seite die unwissenden, abergläubischen, abgerissenen Pilgerkrieger mit ihrem Anhang, auf der anderen die zivilisierten Oströmer, Hüter der hellenistisch-römischen Kultur, deren straffe Struktur dem unendlich schwerfälligen Feudalsystem des Westens hunderte von Jahren voraus war. Der leicht bewegliche, mittelmeerisch-griechische Geist seiner herrschenden Aristokratie tat ein Übriges. Die Abendländer fühlten instinktiv, dass man sie für Barbaren hielt. Und die Wut des geistig Unterlegenen gegen den Klügeren vergiftete vom ersten Augenblick an die Beziehung zwischen den einander so fremden Völkerschaften. Die Pilger waren zunächst überzeugt davon, dass sie den Oströmern willkommen seien. Schließlich waren sie ja die Erretter vor dem Türkenterror. Aber der oströmische Gouverneur zeigte keine Begeisterung. Sein geübter Blick wird den geringen militärischen Wert dieser Streiter Christi sofort erkannt haben. Er meldete seiner vorgesetzten Dienststelle in Konstantinopel, er sehe keinen Grund, diese Horden in seine Provinz marschieren zu lassen. Im Übrigen bitte er um Weisung. Und dann wartete er ab. Angst hatte er keine. Schließlich verfügte er über eine bestens disziplinierte Söldnerschar, zumeist Türken vom Stamm der Petschenegen. Tapfere Männer, die durch nichts zu beeinflussen waren, weil sie nur ihre Muttersprache verstanden und ihrem Kommandeur stets bedingungslos gehorchten. Das Kabinett in Konstantinopel beriet. Was war zu tun? Die Tochter des Kaisers, Anna Komnena, schriftstellerisch begabt, beschreibt das Heer des Volkes, das sie selbst gesehen hat. Diese Menschen, die ein gewisser Kukopetros anführte, waren wie von einer heiligen Glut entflammt. Alle Straßen waren voll von ihren Pferden, ihren Wagen, ihren Männern, Frauen und Kindern. Ihre Stimmung war euphorisch, denn sie alle waren gewiss, den Weg Gottes, den Weg des Himmels zu gehen. Die gallischen Krieger trugen, genauso wie die Frauen und Kinder, alle das rote Kreuz auf der Schulter. Die Regierung war in einer Zwickmühle. Zurückweisen oder durchmarschieren lassen und verpflegen, das war die Frage. Man beriet tagelang. Indessen wurde die Streitmacht Gottes unruhig. Sie plünderten einen ungarischen Bazar aus. Es kam zu einem Handgemenge, das sich zu einem Gemetzel auswuchs. Die Pilger rasten durch Semlin. Ein Ritter namens Gutfra Burel ernannte sich zum Befehlshaber. Mit einer Schar von Männern erstürmte er die Zitadelle von Semlin, tötete 3000 Ungarn und erbeutete ihre Vorräte. Aus Furcht vor Vergeltung flohen sie über den Fluss nach Belgrad zum oströmischen Stadthalter. Zum Glück hatte der mittlerweile genaue Anweisungen aus Konstantinopel erhalten. Einkaufen lassen, Plünderungen verhindern, von Petschenegen flankieren, zum Weitermarsch antreiben, lautete der Befehl. Außerdem mussten die Kreuzfahrer Geiseln stellen. Gutfra Burel und andere Ritter wurden nominiert. Die Kreuzfahrer konnten auf oströmischem Gebiet reichlich Lebensmittel einkaufen. Die Bevölkerung erwies sich als freundlich und schenkte den ärmeren Pilgern sogar Lebensmittel und Kleider. Die Banditen und Räuber, die sich dem Zug angeschlossen hatten, waren enttäuscht. Sie forderten mit Nachdruck, man solle sie plündern lassen. Auf dem Weg nach Sofia passierte es dann. Einige Dörfer wurden angezündet. Der Stadthalter ließ die Söldnertruppen zuschlagen. Man kann nicht von einem Gefecht sprechen. Der Zusammenstoß mit den geschulten, von Offizieren befehligten Soldaten verlief etwa so, wie in späteren Zeiten der Zusammenprall eines Indianerstammes, ausgerüstet mit Pfeil und Bogen, und einer Kompanie, die mit Maschinengewehren kämpft. Binnen einer halben Stunde waren alle Pilger zerstreut, ein Viertel erschlagen, die Schatztruhen Peters von den Pfeilchenegen fortgeschafft, Weiber und Kinder in Gefangenschaft geschleppt, der Rest der Streiter Christi auf wilder Flucht. Es dauerte viele Tage, ehe sich die Scharen wieder zusammenfanden. Sie waren kleinlaut und sahen in der blutigen Aktion den strafenden Finger Gottes. Der ferne Kaiser in Konstantinopel tat das, was man auch heute tun würde. Er sandte an Peter von Amiens eine Botschaft, in der er den Vorfall bedauerte. Im Übrigen, so versicherte er, werde er die Pilger herzlich in seiner Hauptstadt empfangen. Am 1. August 1096 traf das abendländische Heer am Bosporus ein. Nur fünf Tagesreisen weiter residierte ein türkischer Sultan. Die Kämpfe konnten beginnen. Der Kaiser riet Peter und Walter, auf die Hauptheere zu warten, die der Papst angekündigt hatte. Seine militärischen Experten hatten diesen Haufen schlicht als Zivilistenpack charakterisiert. Aber die Streiter Christi wollten nicht warten. Der Kaiser ließ sie schließlich ziehen. Er war ein erfahrener General und wusste, dass er sie nicht lebend wiedersehen würde. Während das Lumpenheer also im Glauben, einen glorreichen Sieg zu erringen, gegen die türkischen Heiden zog, waren die großen Herren Westeuropas immer noch nicht bereit zum Abmarsch. Sie ließen sich Zeit, diese Grafen und Herzöge, diese Ritter und Barone. Es gab einfach so viel zu ordnen und zu klären. Wer im Falle ihres Todes ihre Güter erben werde, woher man das Geld für Pferde, Rüstungen und Waffen nehmen, wer ihre Gattin überwachen und wer das Besitztum gegen übermütige Feinde beschützen solle. Als der Termin, den der Papst gestellt hatte, der 15. August 1096, herannahte, war noch keiner der großen Abmarsch bereit. Der Papst griff immer wieder in die Vorbereitungen ein. Seinen Legaten gelang es schließlich, einen Plan durchzusetzen, der vernünftig war und auf den Erfahrungen gescheiter und nüchterner Jerusalem-Pilger fußte. Man konnte nicht als geschlossene Masse marschieren. Keines der Länder Europas wäre imstande gewesen, Heere in einer Größenordnung zwischen 30.000 und 50.000 Mann zu ernähren. Urban II. empfahl, in vier Heeresgruppen zu marschieren. Die östliche Gruppe, sie umfasste die lothringischen, brabantischen und wallonischen Ritter, erhielt Gottfried von Bouillon zu ihrem Befehlshaber und sollte durch Ungarn und Serbien marschieren, also den unrühmlichen Spuren der Schar Peters von Amiens folgen. Raymond von Toulouse und Saint-Gilles, der reiche und eltliche südfranzösische Herr, verkündete, er werde nicht mehr in seine Heimat zurückkehren. Das heilige Grab sehen und dann ruhig sterben, war sein Wahlspruch. Aber das durfte man nicht für wahre Münzen nehmen. Später, im Heiligen Land, als es um die Frage ging, wer über Jerusalem regieren solle, zeigte sich Raymond als derjenige, der am begierigsten die Herrschaft anstrebte. Sein großes und erstklassig ausgerüstetes Heer wählte einen schwierigen Weg. quer durch Norditalien und die ganze endlos lange dalmatinische Küste mit ihren tief eingeschnittenen Buchten entlang, bis zum heutigen Albanien, wo das Heer endlich die römische Via Ignatia nach Konstantinopel erreichen konnte. Die dritte Gruppe der Nordfranzosen, der Normanen und der flandrischen Ritter, wurde vom Bruder des Königs von Frankreich geleitet. Der königliche Prinz Hugo von Vermandois war einer jener aufgeblasenen, adelsstolzen Männer, die sich häufig an europäischen Höfen herumtrieben. Er war eitel, von sich eingenommen und unfähig, die Lage richtig einzuschätzen. Der Herzog der Normandie, Robert, und der große Feudalherr Stéphane von Blois schlossen sich ihm an. Diese Gruppe zog durch Italien bis nach Bari, um sich dort über die Adria setzen zu lassen. Den gleichen Weg sollten die süditalienischen Normanen wählen, die eigentlich nur eines im Sinn hatten, Land und reiche Beute. Viele dieser edlen Ritter waren nicht zurecht bei der Sache. Stefan von Blois zum Beispiel war mit Adélie, der Tochter des normannischen Herzogs Wilhelm des Eroberers, verheiratet. Er verspürte überhaupt keine Lust, ins Heilige Land zu ziehen. Er war reich, ihm gefielen die Wälder der Loire viel besser als die kargen Felder im Morgenland. Aber seine energische Gattin wollte einen Helden zum Mann. So wie ihr Vater einer war, der immerhin England erobert hatte. Auch Herzog Robert von der Normandie wäre lieber zu Hause geblieben. Er fürchtete die Intrigen und Niederträchtigkeiten seiner zahlreichen Verwandten, die ihn sicherlich um all sein mühselig erworbenes Vermögen bringen würden. Kunstfertige Schmiede, von ihren Lehnsherren aufgefordert, fertigten für zurückbleibende Frauen die unmenschliche Folter der eisernen Treue, sprich den Keuschheitsgürtel, an. Den Schlüssel nahm der Herr Gemahl mit ins Heilige Land. Die Frauen, die sich mit dem Schmied arrangiert hatten, mussten diese Tortur nicht fünf oder sechs Jahre ertragen. Wer sich keinen Keuschheitsgürtel leisten wollte oder konnte, beauftragte den nächsten Priester, über die Treue der Ehefrau zu wachen. Nur die ganz großen Feudalherren waren finanziell in der Lage, ihre Frauen und Kinder mitzunehmen. Jedem der Heere waren Scharen von Nichtkämpfern zugeordnet, Priester, Knechte, Hufschmiede, Pferdezüchter, Waffenschmiede, Maurer, Schuster, Schneider, Zimmerleute, Weiber zum Kochen, Ammen, Kurpfuscher für Mensch und Tier und trotz des Wütens frommer Prediger Huren mit ihren Beschützern. Im Zuge des Grafen von Toulouse gab es an die 350 junge Frauen, die man immer wieder zu vertreiben suchte, weil sie nicht angeben konnten, was sie taten und zu wem sie gehörten. Aber auf rätselhafte Weise verminderte sich ihre Zahl nie. Nicht minder groß war die Zahl der Händler. In den Wüsten Kleinasiens erlangten sie später traurige Beruehmtheit, als sie jeden Schluck Wasser mit Silber aufwogen. Die Heerfuehrer ignorierten den schamlosen Wucher und die Priester, denen solch unchristliches Handeln an den Streitern Gottes missfiel, predigten vergeblich. Als erster Zug setzte sich, nur kurz nach dem ominösen 15. August, das Heer Gottfried von Bouillon in Bewegung. Seine Lothringer sahen in ihm den Inbegriff des untadeligen christlichen Ritters. Sie rühmten alles an ihm. Seine hohe Herkunft, er war über seine Mutter ein Nachkomme Kaiser Karls des Großen, sein angenehmes, leutseliges Wesen und sein strahlendes 1,80 Meter großes Äußeres. Über seine christlichen Tugenden wusste man wahre Wunder zu berichten. Aber er verstand es auch geschickt, sein Privatvermögen zu vermehren. Die ersten Gefechte im Orient zeigten ihn außerdem als mutigen, aber nicht besonders standhaften Feldherren, der in heiklen Situationen die Nerven zu verlieren drohte. Indes erwies sich Bischof Adhemar als wahrer Glücksgriff des Papstes. Ein Mann von unerschütterlichem Mut, von lauterem Wesen und so bestimmtem Auftreten, dass selbst die wildesten Schreier verstummten, wenn er sprach. Die geborene Führernatur, dem wie von selbst jene Autorität zuflog, um die Gottfried so kämpfen musste. Konstantinopel war die einzige christliche Großstadt der Welt und neben Bagdad und einigen indischen und chinesischen Städten wohl eine der wenigen Städte des Mittelalters, die mehr als 100.000 Einwohner zählte. Einen heutigen Besucher hätte die Infrastruktur überrascht. Kanalisation, Bäder, Kliniken mit Abteilungen für Chirurgie, innere Krankheiten und dehnende Haut, Feuerwehr, Polizei, Sportplätze und Turnhallen, eine große Universität, alles war vorhanden. Die Hauptgeschäftsstraße, die Mese, eine breite und einige Kilometer lange Avenue, war von gedeckten Basaren, Warenhäusern, Restaurants und Hotels mit Zimmern jeder Preislage gesäumt. Tag und Nacht waren tausende Menschen auf den Straßen, saßen in den Weinschenken und machten ihre Geschäfte. Die Reichen und ihre Damen wurden in kostbaren Sänften durch das Menschengewühl getragen. Die Frauen konnten unter Dutzenden verschiedenen kosmetischen Präparaten auswählen. Die orientalischen Salbenerzeuger hatten längst Lidschatten, Lippenstift und Wangenrusch entdeckt. Aus einer Preisliste ist ersichtlich, dass es zwölf Schattierungen von Make-up gab. Auf den Lebensmittelmärkten konnte man Obst und Fleisch, Gemüse und vor allem Fische in großer Auswahl kaufen. Kein exotisches Gewürz fehlte. Die Stadt, deren Reichtum auf ihrem Überseehandel beruhte, bot ihren Bewohnern jede indische oder afrikanische Delikatesse. Die adeligen Heere der Streiter Gottes zur Befreiung Jerusalems lagerten in einer fruchtbaren Küstenlandschaft östlich von Konstantinopel, dort, wo sich heute eine ganze Reihe erstklassiger Strandhotels erhebt. Sie verbrachten eine gute Zeit und vergaßen die Strapazen des Anmarsches und die Hungertage des Balkanwinters. Ihr ganzes Sinnen und Trachten war nun auf den Kampf gegen die Türken gerichtet, die nur etwa 200 Kilometer entfernt die alte Konzilstadt Nikea zur Hauptstadt eines Sultanats gemacht hatten. In den letzten Tagen vor dem Aufbruch konnte man im Lager erbarmungswürdige Gestalten sehen. Ausgemergelte, mit Wunden bedeckte Landsleute, jene Überreste des Heeres des Volkes, dass Peter von Amiens und Walter Habenichts nach Jerusalem führen wollten. Sie erzählten jammervolle Geschichten vom Untergang ihrer Freunde. Ein kleiner Trupp, etwa 5000 Mann, war zuerst von Konstantinopel her in Richtung Osten zum Plündern ausgezogen, hatte eine Burg erobert, die die Türken freiwillig räumten, war aber kurz danach in dem alten Gemäuer eingeschlossen worden. Dort hatte sie ihr Schicksal ereilt. Nach acht Tagen kapitulierte, die dem Wahnsinn nahe herrschah. Auch weil die Türken all jenen, die zum Islam übertreten wollten, das Leben versprachen. Führerlos stimmten fast alle der Kapitulation zu. Die Türken töteten die traurigen Gestalten zwar nicht, verschleppten sie aber in die Sklaverei. Doch damit des Elends nicht genug. Lockvögel erzählten den Führern der zurückgebliebenen Hauptmacht, an die 25.000 Mann, dass der Trupp, der in Wirklichkeit in die Sklaverei geführt wurde, Nikea erobert und unermessliche Beute gemacht habe. Beute. Endlich Beute. Singend und lärmend marschierte dieses merkwürdige Heer in Richtung Nikea, dem lockenden Ziel entgegen. An einer Engstelle, knappe zehn Kilometer von ihrem Ausgangspunkt entfernt, warteten schon die Türken im Hinterhalt auf sie und überschütteten die Ahnungslosen mit einem Hagel von Pfeilen. Obwohl die Männer Peters nicht feige waren und tapfer kämpften, war in kurzer Zeit alles vorbei. Wer nicht erschlagen war, floh in das eben erst verlassene Lager zurück, in dem Frauen, Kinder und Priester sie kommen sahen. Über sie alle fielen die Türken erbarmungslos her und metzelten sie nieder. Die wenigen, die gefangen genommen wurden, mussten die Leichen ihrer toten Kameraden zu einem Hügel auftürmen. Solch eine Katastrophe konnte nicht gerade ermutigen. Aber die Bischöfe im Heer wussten zu berichten, dass die Scharen Peters in Konstantinopel sogar die Kirchen geplündert hätten. Von einem Kloster sollen sie sogar die Ikonen von den Wänden gerissen und eine heilige Monstranz entweiht, in Stücke geschnitten und unter den Kämpfern aufgeteilt haben. Aber Gott habe gezeigt, was er von solchen Kriegern halte. Nichts. Die gerechte Strafe habe sie ereilt. Eine Bußprozession, in der die Ritter barfuß nur mit Säcken angetan, rund um das Lager zogen, sollte die Angelegenheit wieder ins rechte Lot rücken. Aber dann, als die Ritter wieder ihre Rüstungen angelegt und die Schwerter umgegürtet hatten, war das Ziel klar. Nikea, wo der heilige Konstantin dem ersten Konzil der Christenheit vorgestanden hatte. Der Sultan der Seltschuken, Kalec Arslan, hatte die Stadt, nachdem er Jahre zuvor die Oströmer vernichtend geschlagen hatte, zu seiner Residenz gemacht. Die Christen aber hatte er nicht vertrieben. Er verlegte eine türkische Garnison in die Stadt und seinen Harem, seinen Hofstaat und seine Beamten. Der Sultan selbst war ein milder Herrscher. Tolerant, doch zu seinem Pech Schmeichlern zugetan. Also wurde ihm, als das Heer der Kreuzfahrer nahte, mitgeteilt, es sei nicht viel besser als die Scharen Peters, die seine Truppen erst vor kurzem aufgerieben hatten. Und weiter hieß es, seien die Franken von Kaiser Alexios in Unfrieden geschieden. Spielend, flüsterten ihm die Schmeichler zu, würde er, der Erhabene, von Allah gesalbte, mit den Franken fertig. Am 26. April 1097 begann der Marsch des Heeres nach Nikea. Das Heer Gottfrieds bildete die Spitze, dann folgten die Normanen. Und schließlich bildeten Raymonds und Hugos Kämpfer die Nachhut. Ohne Zwischenfälle langte das Heer von Nikea an und schloss die Stadt mit ihrer starken Garnison ein. Am 3. Juni war die gesamte Streitmacht rund um Nikea aufmarschiert. An die 60.000 Mann. Ein gewaltiges Heer, dessen Kampfkraft der Sultan noch immer unterschätzte. Das erste große Gefecht zwischen Türken und Kreuzfahrern entbrannte vor den Mauern Nikeas. Schon bald stellte sich heraus, dass die Christen im Einzelkampf zu Pferd und zu Fuß jedem Türken überlegen waren. Es war nicht die Tapferkeit, sondern die Kunst des Fechtens und der Vorteil des größeren Körpergewichts, was die Kreuzfahrer triumphieren ließ. Der Sultan zog sein Heer in die Berge zurück. Er hatte an die 3.000 Mann verloren, mehr als er im Augenblick verkraften konnte. Die Sieger schnitten den Toten die Köpfe ab und schleuderten sie mit Wurfmaschinen in die belagerte Stadt. Die Garnison hatte nur noch eine Versorgungslinie offen, über das Meer, das die Stadt im Westen begrenzte. Die christlichen Heere besaßen keine Schiffe und mussten den Kaiser der Oströmer bitten, ihnen zu helfen. Alexios tat das gern, denn damit bewies er den Franken, wie sehr sie seiner bedurften. Als die Belagerten am 18. Juni die Schiffe der Oströmer bemerkten, traten sie mit dem kaiserlichen General in Übergabeverhandlungen ein. Ob der General die Führer des Kreuzheeres davon verständigte, dass die Übergabe in der Nacht zum 19. Juni erfolgen werde, ist nicht bekannt. Der Sturmangriff, den das Christenheer für den frühen Morgen eben jenes 19. angesetzt hatte, konnte indes unterbleiben. Von den Türmen und Zinnen der Festung Nikea wehte jedenfalls bereits der oströmische Doppeladler. Die Wut der christlichen Heerscharen auf den Kaiser in Konstantinopel kannte keine Grenzen. Man hatte sie um ihre Beute gebracht. Zudem mussten sie mit ohnmächtigem Zorn beobachten, wie die reichen Türken ungehindert die Stadt verließen. Der Kaiser, ein kluger und besonnener Mann, der inzwischen die Gier der Kreuzfahrer zur Genüge studieren konnte, ordnete sogleich an, dass der Staatsschatz des Sultans unter die Kreuzfahrer aufgeteilt werden sollte. Ein Berg von Gold, Silber und Edelsteinen wurde vor ihnen auf einem freien Platz aufgeschüttet. Ein märchenhafter Anblick, der die Kreuzritter in Entzücken versetzte. Nur eine Kleinigkeit verlangte der Kaiser als Gegenleistung. Jeder, der ihm, dem Kaiser, noch nicht den Lehenseid geleistet hatte, wurde, ehe er seinen Beuteteil in Empfang nehmen konnte, neuerlich dazu aufgefordert. Die hohen Herren schworen angesichts des nie zuvor erblickten Schatzes ohne zu zögern den Eid. Wie von einer heiligen Glut entflammt. Alle Straßen waren voll von ihren Pferden, ihren Wagen, ihren Männern, Frauen und Kindern. Ihre Stimmung war euphorisch, denn sie alle waren gewiss, den Weg Gottes, den Weg des Himmels zu gehen. Die gallischen Krieger trugen, genauso wie die Frauen und Kinder, alle das rote Kreuz auf der Schulter. Die Regierung war in einer Zwickmühle. Zurückweisen oder durchmarschieren lassen und verpflegen, das war die Frage. Man beriet tagelang. Indessen wurde die Streitmacht Gottes unruhig. Sie plünderten einen ungarischen Bazar aus. Es kam zu einem Handgemenge, das sich zu einem Gemetzel auswuchs. Die Pilger rasten durch Semlin. Ein Ritter namens Gutfrau Burel ernannte sich zum Befehlshaber. Mit einer Schar von Männern erstürmte er die Zitadelle von Semlin, tötete 3000 Ungarn und erbeutete ihre Vorräte. Aus Furcht vor Vergeltung flohen sie über den Fluss nach Belgrad zum oströmischen Stadthalter. Zum Glück hatte der mittlerweile genaue Anweisungen aus Konstantinopel erhalten. Einkaufen lassen, Plünderungen verhindern, von Petschenegen flankieren, zum Weitermarsch antreiben, lautete der Befehl. Außerdem mussten die Kreuzfahrer Vergeiseln stellen. Gutfrau Burel und andere Ritter wurden nominiert. Die Kreuzfahrer konnten auf oströmischem Gebiet reichlich Lebensmittel einkaufen. Die Bevölkerung erwies sich als freundlich und schenkte den ärmeren Pilgern sogar Lebensmittel und Kleider. Die Banditen und Räuber, die sich dem Zug angeschlossen hatten, waren enttäuscht. Sie forderten mit Nachdruck, und man solle sie plündern lassen. Auf dem Weg nach Sofia passierte es dann. Einige Dörfer wurden angezündet. Der Stadthalter ließ die Söldnertruppen zuschlagen. Man kann nicht von einem Gefecht sprechen. Der Zusammenstoß mit den geschulten, von Offizieren befehligten Soldaten verlief etwa so, wie in späteren Zeiten der Zusammenprall eines Indianerstammes, ausgerüstet mit Pfeil und Bogen und einer Kompanie, die mit Maschinengewehren kämpft. Binnen einer halben Stunde waren alle Pilger zerstreut, ein Viertel erschlagen, die Schatztruhen Peters von den Petschenegen fortgeschafft, Weiber und Kinder in Gefangenschaft geschleppt, der Rest der Streiter Christi auf wilder Flucht. Es dauerte viele Tage, ehe sich die Scharen wieder zusammenfanden. Sie waren kleinlaut und sahen in der blutigen Aktion den strafenden Finger Gottes. Der ferne Kaiser in Konstantinopel tat das, was man auch heute tun würde. Er sandte an Peter von Amiens eine Botschaft, in der er den Vorfall bedauerte. Im Übrigen, so versicherte er, werde er die Pilger herzlich in seiner Hauptstadt empfangen. Am 1. August 1096 traf das abendländische Heer am Bosporus ein. Nur fünf Tagesreisen weiter residierte ein türkischer Sultan. Die Kämpfe konnten beginnen. Der Kaiser riet Peter und Walter auf die Hauptheere zu warten, die der Papst angekündigt hatte. Seine militärischen Experten hatten diesen Haufen schlicht als Zivilistenpack charakterisiert. Aber die Streiter Christi wollten nicht warten. Der Kaiser ließ sie schließlich ziehen. Er war ein erfahrener General und wusste, dass er sie nicht lebend wiedersehen würde. Während das Lumpenheer, also im Glauben, einen glorreichen Sieg zu erringen, gegen die türkischen Heiden zog, waren die großen Herren Westeuropas immer noch nicht bereit zum Abmarsch. Sie ließen sich Zeit, diese Grafen und Herzöge, diese Ritter und Barone. Es gab einfach so viel zu ordnen und zu klären. Wer im Falle ihres Todes ihre Güter erben werde, woher man das Geld für Pferde, Rüstungen und Waffen nehmen, wer ihre Gattin überwachen und wer das Besitztum gegen übermütige Feinde beschützen solle. Als der Termin, den der Papst gestellt hatte, der 15. August 1096, herannahte, war noch keiner der großen Abmarsch bereit. Der Papst griff immer wieder in die Vorbereitungen ein. Seinen Legaten gelang es schließlich, einen Plan durchzusetzen, der vernünftig war, und auf den Erfahrungen gescheiter und nüchterner Jerusalem-Pilger fußte. Man konnte nicht als geschlossene Masse marschieren. Keines der Länder Europas wäre imstande gewesen, Heere in einer Größenordnung zwischen 30.000 und 50.000 Mann zu ernähren. Urban II. empfahl, in vier Heeresgruppen zu marschieren. Die östliche Gruppe, sie umfasste die lothringischen, brabantischen und wallonischen Ritter, erhielt Gottfried von Bouillon zu ihrem Befehlshaber und sollte durch Ungarn und Serbien marschieren, also den unrühmlichen Spuren der Schar Peters von Amiens folgen. Raymond von Toulouse und St. Gilles, der reiche und ältliche südfranzösische Herr, verkündete, er werde nicht mehr in seine Heimat zurückkehren. Das heilige Grab sehen und dann ruhig sterben war sein Wahlspruch. Aber das durfte man nicht für wahre Münzen nehmen. Später, im Heiligen Land, als es um die Frage ging, wer über Jerusalem regieren solle, zeigte sich Raymond als derjenige, der am begierigsten die Herrschaft anstrebte. Sein großes und erstklassig ausgerüstetes Heer wählte einen schwierigen Weg, quer durch Norditalien und die ganze endlos lange dalmatinische Küste mit ihren tief eingeschnittenen Buchten entlang bis zum heutigen Albanien, wo das Heer endlich die römische Via Ignatia nach Konstantinopel erreichen konnte. Die dritte Gruppe der Nordfranzosen, der Normanen und der flandrischen Ritter, wurde vom Bruder des Königs von Frankreich geleitet. Der königliche Prinz Hugo von Vermandois war einer jener aufgeblasenen, adelsstolzen Männer, die sich häufig an europäischen Höfen herumtrieben. Er war eitel, von sich eingenommen und unfähig, die Lage richtig einzuschätzen. Der Herzog der Normandie, Robert, und der große Feudalherr, Stéphane von Blois, schlossen sich ihm an. Diese Gruppe zog durch Italien bis nach Bari, um sich dort über die Adria setzen zu lassen. Den gleichen Weg sollten die süditalienischen Normanen wählen, die eigentlich nur eines im Sinn hatten, Land und reiche Beute. Viele dieser edlen Ritter waren nicht zurecht bei der Sache. Stéphane von Blois zum Beispiel war mit Adélie, der Tochter des normannischen Herzogs Wilhelm des Eroberers, verheiratet. Er verspürte überhaupt keine Lust, ins Heilige Land zu ziehen. Er war reich. Ihm gefielen die Wälder der Loire viel besser als die kargen Felder im Morgenland. Aber seine energische Gattin wollte einen Helden zum Mann. So wie ihr Vater einer war, der immerhin England erobert hatte. Auch Herzog Robert von der Normandie wäre lieber zu Hause geblieben. Er fürchtete die Intrigen und Niederträchtigkeiten seiner zahlreichen Verwandten, die ihn sicherlich um all sein mühselig erworbenes Vermögen bringen würden. Kunstfertige Schmiede, von ihren Lehnsherren aufgefordert, fertigten für zurückbleibende Frauen die unmenschliche Folter der Eisernen Treue, sprich den Keuschheitsgürtel, an. Den Schlüssel nahm der Herr Gemahl mit ins Heilige Land. Die Frauen, die sich mit dem Schmied arrangiert hatten, mussten diese Tortur nicht fünf oder sechs Jahre ertragen. Wer sich keinen Keuschheitsgürtel leisten wollte oder konnte, beauftragte den nächsten Priester über die Treue der Ehefrau zu wachen. Nur die ganz großen Feudalherren waren finanziell in der Lage, ihre Frauen und Kinder mitzunehmen. Jedem der Heere waren Scharen von Nichtkämpfern zugeordnet. Priester, Knechte, Hufschmiede, Pferdezüchter, Waffenschmiede, Maurer, Schuster, Schneider, Zimmerleute, Weiber zum Kochen, Ammen, Kurpfuscher für Mensch und Tier und trotz des Wütens frommer Prediger Huren mit ihren Beschützern. Im Zuge des Grafen von Toulouse gab es an die 350 junge Frauen, die man immer wieder zu vertreiben suchte, weil sie nicht angeben konnten, was sie taten und zu wem sie gehörten. Aber auf rätselhafte Weise verminderte sich ihre Zahl nie. Nicht minder groß war die Zahl der Händler. In den Wüsten Kleinasiens erlangten sie später traurige Berühmtheit, als sie jeden Schluck Wasser mit Silber aufwogen. Die Heerführer ignorierten den schamlosen Wucher und die Priester, denen solch unchristliches Handeln an den Streitern Gottes missfiel, predigten vergeblich. Als erster Zug setzte sich, nur kurz nach dem ominösen 15. August, das Heer Gottfried von Bouillon in Bewegung. Seine Lothringer sahen in ihm den Inbegriff des untadeligen christlichen Ritters. Sie rühmten alles an ihm. Seine hohe Herkunft, er war über seine Mutter ein Nachkomme Kaiser Karls des Großen, sein angenehmes, leutseliges Wesen und sein strahlendes 1,80 Meter großes Äußeres. Über seine christlichen Tugenden wusste man wahre Wunder zu berichten. Aber er verstand es auch geschickt, sein Privatvermögen zu vermehren. Die ersten Gefechte im Orient zeigten ihn außerdem als mutigen, aber nicht besonders standhaften Feldherren, der in heiklen Situationen die Nerven zu verlieren drohte. Indes erwies sich Bischof Ademar als wahrer Glücksgriff des Papstes. Ein Mann von unerschütterlichem Mut, von lauterem Wesen und so bestimmtem Auftreten, dass selbst die wildesten Schreier verstummten, wenn er sprach. Die geborene Führernatur, dem wie von selbst jene Autorität zuflog, um die Gottfried so kämpfen musste. Konstantinopel war die einzige christliche Großstadt der Welt und neben Bagdad und einigen indischen und chinesischen Städten wohl eine der wenigen Städte des Mittelalters, die mehr als 100.000 Einwohner zählte. Einen heutigen Besucher hätte die Infrastruktur überrascht. Kanalisation, Bäder, Kliniken mit Abteilungen für Chirurgie, innere Krankheiten und dehnende Haut, Feuerwehr, Polizei, Sportplätze und Turnhallen, eine große Universität, alles war vorhanden. Die Hauptgeschäftsstraße, die Mese, eine breite und einige Kilometer lange Avenue, war von gedeckten Basaren, Warenhäusern, Restaurants und Hotels mit Zimmern jeder Preislage gesäumt. Tag und Nacht waren tausende Menschen auf den Straßen, saßen in den Weinschenken und machten ihre Geschäfte. Die Reichen und ihre Damen wurden in kostbaren Sänften durch das Menschengewühl getragen. Die Frauen konnten unter Dutzenden verschiedenen kosmetischen Präparaten auswählen. Die orientalischen Salbenerzeuger hatten längst Lidschatten, Lippenstift und Wangenrusch entdeckt. Aus einer Preisliste ist ersichtlich, dass es zwölf Schattierungen von Make-up gab. Auf den Lebensmittelmärkten konnte man Obst und Fleisch, Gemüse und vor allem Fische in großer Auswahl kaufen. Kein exotisches Gewürz fehlte. Die Stadt, deren Reichtum auf ihrem Überseehandel beruhte, bot ihren Bewohnern jede indische oder afrikanische Delikatesse. Die adeligen Heere der Streiter Gottes zur Befreiung Jerusalems lagerten in einer fruchtbaren Küstenlandschaft östlich von Konstantinopel, dort, wo sich heute eine ganze Reihe erstklassiger Strandhotels erhebt. Sie verbrachten eine gute Zeit und vergaßen die Strapazen des Anmarsches und die Hungertage des Balkanwinters. Ihr ganzes Sinnen und Trachten war nun auf den Kampf gegen die Türken gerichtet, die nur etwa 200 Kilometer entfernt die alte Konzilstadt Nikea zur Hauptstadt eines Sultanats gemacht hatten. In den letzten Tagen vor dem Aufbruch konnte man im Lager erbarmungswürdige Gestalten sehen, ausgemergelte, mit Wunden bedeckte Landsleute, jene, die in den letzten Tagen Das Lumpenheer des Peter von Amiens und Walter Habenichts wanderte im Laufe des Sommers rein abwärts, überquerte die Donau, dann ging's durch Süddeutschland und Österreich nach Ungarn. Ihre Tagesleistung, durch schwerfällige Fuhrwerke, beladen mit Lebensmitteln behindert, wohl auch durch Frauen, Kranke und Kinder verzögert, ist dennoch beachtlich. Der disziplinlose Haufen, inzwischen auf 35.000 Mann angeschwollen, legte täglich an die 30 Kilometer zurück. Nur 2.000 bis 3.000 von ihnen waren beritten. Ohne einen größeren Zwischenfall erreichte der Zug die Grenze des Oströmischen Reiches. In Semlin, der ungarischen Grenzstadt, an der Save gegenüber der byzantinischen Festung Belgrad, lagerten die Scharen und warteten auf die Erlaubnis, aus Konstantinopel weiterzuziehen durch das Land von Alexios Komnenos, des Kaisers der Oströmer. Den ersten Zusammenstoß der bunt zusammengewürfelten Truppe Peters mit dem perfekten, modern anmutenden Beamtenstaat Ostroms kann man sich gar nicht grotesk genug vorstellen. Auf der einen Seite die unwissenden, abergläubischen, abgerissenen Pilgerkrieger mit ihrem Anhang, auf der anderen die zivilisierten Oströmer, Hüter der hellenistisch-römischen Kultur, deren straffe Struktur dem unendlich schwerfälligen Feudalsystem des Westens hunderte von Jahren voraus war. Der leicht bewegliche, mittelmeerisch-griechische Geist seiner herrschenden Aristokratie tat ein Übriges. Die Abendländer fühlten instinktiv, dass man sie für Barbaren hielt. Und die Wut des geistig Unterlegenen gegen den Klügeren vergiftete vom ersten Augenblick an die Beziehung zwischen den einander so fremden Völkerschaften. Die Pilger waren zunächst überzeugt davon, dass sie den Oströmern willkommen seien. Schließlich waren sie ja die Erretter vor dem Türkenterror. Aber der oströmische Gouverneur zeigte keine Begeisterung. Sein geübter Blick wird den geringen militärischen Wert dieser Streiter Christi sofort erkannt haben. Er meldete seiner vorgesetzten Dienststelle in Konstantinopel, er sehe keinen Grund, diese Horden in seine Provinz marschieren zu lassen. Im Übrigen bitte er um Weisung. Und dann wartete er ab. Angst hatte er keine. Schließlich verfügte er über eine bestens disziplinierte Söldnerschar, zumeist Türken vom Stamm der Petschenegen. Tapfere Männer, die durch nichts zu beeinflussen waren, weil sie nur ihre Muttersprache verstanden und ihrem Kommandeur stets bedingungslos gehorchten. Das Kabinett in Konstantinopel beriet. Was war zu tun? Die Tochter des Kaisers, Anna Komnena, schriftstellerisch begabt, beschreibt das Heer des Volkes, das sie selbst gesehen hat. Diese Menschen, die ein gewisser Kukopetros anführte, waren wie